Stilau Palast, guten Tag! Erste Woche Sonntag. Heute am Sonntag empfehle ich Ihnen eine Übung, damit Sie das, was Sie in dieser Woche erkannt haben, nun auch für sich in die Praxis umsetzen können. Schreiben Sie am besten einmal auf. Erstens, für welche Talente und Fähigkeiten ich dankbar sein kann. Zweitens, welche Erfahrungen mir bisher wichtige Lebensregeln und Erkenntnisse gebracht haben. Drittens, welche meiner positiven Eigenschaften und Fähigkeiten ich der Verhaltensweise meiner Mutter zu verdanken habe. Viertens, welche meiner positiven Eigenschaften und Fähigkeiten ich der Verhaltensweise meines Vaters zu verdanken habe. Also, bis Montag und übrigens, wenn Sie begriffen haben, dass es sinnvoll ist, für Ihre Vergangenheit dankbar zu sein, aber sich fragen, wie soll ich für meine Gegenwart dankbar sein, wenn ich mit meiner gegenwärtigen Situation absolut nicht glücklich bin, dann wird Ihnen die kommende Woche einige Antworten zu dieser Frage bringen. Tschüss, bis morgen!